Die Vorbereitung ist eigentlich gut verlaufen. Wir hatten ordentliche Ergebnisse, sind aber auch einzeln weitergekommen und haben eine gute Intensität aktuell in der Mannschaft drin und eine gute Leistungsbereitschaft. Wir freuen uns einfach auf die Saison. Die Stimmung ist eigentlich sehr positiv. Wie gesagt, wir haben am Anfang ein bisschen gebraucht, um zusammenzufinden, um die Neuzugänge zu integrieren. Das ging aber relativ schnell, weil es alles gute Jungs sind, gute Typen. Aktuell ist eine hohe Intensität im Training. Der Siegeswille ist da und von daher macht es sehr, sehr viel Spaß mit den Jungs zu arbeiten. Wir genießen einfach jede Einheit und freuen uns, wie gesagt, schon auf die Saison. Die Ziele sind einfach, als Mannschaft weiterzukommen, aber auch den einzelnen Spieler weiterzubringen, um sie auch für nächstes Jahr schon für die U17 vorzubereiten und einfach maximal viele Spiele zu gewinnen. Wie gesagt! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020